Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Village. Wir sind aus einem brennenden Haus geflüchtet, es sind schon etliche Leute gestorben und der Ethan, unser Hauptdarsteller hier, vermutet, dass dort hinten in dem Schloss sein Baby Rose gefangen gehalten wird. Aber irgendwie wirkt das alles ziemlich surreal hier. Ich habe jetzt das letzte Fragment gefunden, um dieses Tor zu öffnen. Und dann werden wir Antworten bekommen. Wahrscheinlich nicht allzu viele, denn wir sind noch sehr weit am Anfang. Sehr weit, ziemlich weit am Anfang. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das Tor ist auf jeden Fall cool. Ha! Ich bin schon ein Assi, oder? Jo, verballer deine Wertvoll... Ach, guck mal, aber ich bekomme was dafür. Lai. Geld für einen abgeschossenen Vogel. Was ist das hier für ein Kabel? Ein Seil? Oh, ganz schön kalt. Im Schritt. Abgerissen, einfach nur abgerissen. Hm. Da kann ich mir nichts besseres vorstellen, als durch dunkle Kanäle zu kriechen. Ich gucke, ob hier irgendwo noch was versteckt ist. Denn ich glaube, jedes Pflänzchen, was man hier findet, ist Gold wert. Aber wofür die leis sind, das Geld, was man hier findet, das würde mich mal wirklich interessieren. Ob es hier später einen Shop gibt, oder sowas, wo man was kaufen kann? Zeug. Sieht aus wie Trauben. Trauben und Äpfel. Der Ethan hat immer noch nichts gegessen. Sieh an, sieh an. Hat tatsächlich einer überlebt? Du hältst wohl einiges aus. Was ist das denn? Sollte ich sie kennen? Oh. Du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Der reinste Albtraum. Hör auf zu jammern. Wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhalt. Überlass den Städten zu dem Haus, die mir trifft. Hör auf dem Weg, Seishberg. Lass mich sehen. Du meinst... Er ist wach. Du meinst... Schnauze alle beide! Was? Wo? Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet. Und dafür garantiert... Ja, ja. Du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut. Ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber... Ich habe mich entschieden. Heisenberg. Ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif. Und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gib den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt. Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind? Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du würdest Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschreit wäre. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Ha! Likens und Gentleman! Danke für eure Geboten. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du da machst. Oh nein. Ich will nichts drauf haben. Los geht's! Nein, Gott! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Schaut! Nein! Ach, du Scheiße. Oh Gott, Leute. Ah. Oh fuck, ey. Oh. Du lebst noch? Vereinfuckend. Ja. Gott, das ist ja noch gestörter als beim siebten Teil. Fuck. Hier, 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 hier. Ja. Mach's doch kaputt. Oh. Okay. Da habe ich mich irgendwie von den Kisten irritieren lassen. Die ich nicht aufbekommen habe. Oh, Mann. Ah, verfluchter Mist. Gut so. Lauf um dein Leben. Weiter so, Ethan. Hahaha. Überspringen. Okay. Aha. Mach's schon. Shit. Hahaha. Beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Oh. Du dachtest doch nicht, ich lasse dich gehen, oder? Donner und Moro wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Hahaha. Geht doch nichts über frisches Handfleisch. Wow. Hahaha. Oh Gott. Das habe ich auch gemerkt. Warte. Haben die vielleicht Rose? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dass der so sachlich bleibt. Warte. Haben die vielleicht Rose? Nach so einem Horror-Trip. Boah. Was für ein gestörter Scheiß, Leute. Ich bin angespannt. Aufschließen. Ich würde jetzt gerne irgendwie was Nettes machen. So. Aber jetzt, jetzt gehen wir hier durch. Wow. Ähm. Das Spiel hat es auf jeden Fall in sich. Und wir sind immer noch voll am Anfang. Wie soll das bitte sich noch steigern hier alles? Das ist ja wohl mal richtig gestört. Oh. Also. Puh. Aber gut. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das hier Candy Crush ist. Komm, wir gucken uns ein paar Leichen an. Das ist doch schön. Das ist entspannt. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Sachen. Ihr merkt, ich drücke mich gerade davor weiter zu gehen. Und gucke mich erst mal ein bisschen um. Da haben wir noch ein Kraut. Ja. Siehst du, hat sich doch gelohnt, dass ich hier gerade mal geguckt habe. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Seht ihr? Da hat sich meine Frage... Ist meine Frage jetzt beantwortet, wofür ich das Geld brauche. Mein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. So, jetzt gucken wir mal. Dukes Emporium. Beim Duke ist niemand ein fremder Waren. Gut gekauft, ist halb gewonnen. Zusatzkoffer. Erhöht die Anzahl verfügbarer Inventarplätze. So ist es immer wichtig. Herstellung Flintenmunition. Wie man selber Flintenmunition herstellt. Scharfschützenmunition. Wie man Minen herstellt. Wow. Erste Hilfe Arznei kostet 1000. Pistolenmunition. Okay, die kostet nicht so viel. Flintenmunition kostet auch 1000. Also... Wow. Hier muss man aber ordentlich mit dem Geld umgehen, wa? Erweitertes Magazin. 9000. Stecher. Erhöht die Feuerrate. Boah. Okay. Werkstatt. Was haben wir hier? Eine Waffe, die ich modifizieren möchte. 6000. Wenn ich das auf Stufe 2 erhöhe. 3000. 4000. Und so weiter. 8000. Ankauf. Ah ja. Ich kann auch Zeug verkaufen. Natürlich verkaufe ich nicht meine Flinte. Aber... Ja, den ganzen Kram hier brauche ich. Also muss ich aber noch... Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja. So viel Geld habe ich doch gar nicht. Hier. Na komm. Du weißt, ich bin Geschäftsmann. Ja, ja. Ne, äh... Hier kann ich mir im Moment überhaupt nichts leisten. Mein lieber dicker Freund. Schönen Tag. Ja, ja. Äh... Wie viel verdammtes Geld brauche ich denn hier? Krass. Krasser Typ. Ganz schön teurer Typ. Wobei, jetzt müsste man natürlich mal Lay umrechnen. Ne? In Euro. Soll ich das mal gerade machen? Okay. Ein rumänischer Lay sind ungefähr 20 Cent. Das heißt, 1000 Lay sind schon mal 200 Euro. Das heißt, der Typ hat tatsächlich ganz schön hohe Preise. Damit ist das schon mal klar. Schloss Dimitrescu. Sieht ja, äh... Aus wie bei mir zu Hause. Da ist auch Munition drin. Ne, Schwarzpulver. Könnte man ja eigentlich direkt mal kaputt machen. So. Ja, ich bin nett, ne? Ich bin nett. Wie im echten Leben. Da schlage ich auch direkt über die Vitrinen ein, um an das zu kommen, was dahinter ist. Nettes Gemälde. Was steht? Drei Töchter. Bela, Cassandra und Daniele. Nette Ladies. 5. Januar. Redneck-Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. 28. Januar. Miranda. Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar. Der Duke-Geschäftsgespräch. Terminbuch. Riesengroßes Haus. Sieht nicht so vertrauenserweckend aus. 500 Lay. Wie praktisch. Ein Aufzug. Ne, ich bleib mal noch hier in der Etage. Schuhe. Und jemand kümmert sich um die Pflanzen. Sieht ja ganz schön nobel aus hier. Ach du Scheiße, ey. Da wird der aber ganz schön Ärger für bekommen. Voll die Ming-Vase oder so. Also damit kann er ja schon mal nicht mehr damit rechnen, hier herzlich in Empfang genommen zu werden, oder? Wenn du hier erstmal voll die Vasen kaputt machst. Machst. Zack. Gott, hier verlaufe ich mich doch. Ah. Hallo, meine Liebe. Das ist gut. Ist das ein cooles. Ist das das Schloss? Mhm. Wahrscheinlich ist das auch dann echter Nachbau des Schlosses. Und ich muss hier... Was ist das denn da unten? Irgendwas einsetzen, damit diese komische Brücke stehen bleibt. Damit ich da später durch kann. Irgendwie sowas wird das sein. Norstein, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebranntmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er vier Kugellabyrinthe. Das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Norsteins vier geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Mhm. Das klingt interessant. Na, der geht hier nicht hoch. Okay, das ist offenbar dann eins. Ich weiß nicht, ob das eins dieser Labyrinthe dann sein soll. Ich habe das Gefühl, in diesem Bereich hier, in diesem Schloss, werden wir uns etwas länger aufhalten. Finde der Vierengel Antlitz. Hallo, das konnte ich nicht so schnell lesen. Oh no. Oh no. Oh no. Sorry. Männliches Blut. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bis den kindischen Spielen meines Bruders entkommen. Dann zeigt mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Hm, schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später. Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey. 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 Was ist das? Halt sofort auf. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Das ist mir, Mutter. Das ist mir, Mutter. So habe ich mir den Urlaub nicht vorgestellt. Fuck. Der Ethan macht was mit. Au, 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 au. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hilfe. Die sind doch völlig krank. Ja, die, die das Spiel gemacht haben. Oh Gott. Ja, kippt dir irgendwas drauf. Oh Gott. Ich schwitze. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Güte. Meine Güte. Oh, das ist jetzt ein gefundener Schatz. Lady Dimitrescu's blutrotes Weinglas. Wertvoll. Ah. Ah, ja. Das kann ich dann bestimmt auch dem Händler verkaufen. Solche Sachen. Mein Gott, ist das gestört. Ach. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich das nicht in VR spiele. Das ist ja der pure Horror. Also, in VR ist das, also in VR bin ich da durchgeschlissen, äh, geschlichen durch das Spiel. Was ist das denn? Sieht aber irgendwie scheiße aus, das Essen. Das ist ja schon am Schimmeln. Haben die ja keine Bediensteten. Könnte ich mal ihren verdammten Scheiß hier wegräumen. Ekelhaft. Ach. Hm, okay. Ja, dann knack es doch, wenn es so leicht geht. Ich finde es lustig, dass der immer seine Waffen noch dabei hat, ne? Messer, ähm, Pistole, Gewehr. Dass ihm das auch nicht abgenommen wird. Das ist sehr praktisch übrigens. So, das ist verschlossen. Wie komme ich denn jetzt hier bitte raus? Ja, erstmal ein bisschen was zerstören. Ja. So, was habt ihr jetzt da vorn? Das kann ich nicht benutzen. Gibt es hier einen Geheimweg oder sowas? So. Da kann man auch mal vor Wut mit dem Messer einfach alles klitzeklein schneiden. Ja, dann knackt das doch, wenn das so leicht geht. Ah, nein, Hilfe. Ih, guck mal. Man kann die verletzten Hände so gut sehen. Bah. Bah. Ah, ha. Aha. Wie süß, oder? Herz allerliebst. Die kleinen Mäuse. Wahrscheinlich sind es Ratten. Rostigreste. Rostigreste. Na, du kannst bei den Frauen aber nicht angeben. Was ist das denn da schon wieder? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Moment, ich gucke mich aber mal gerade hier noch ein bisschen um. Eine Flasche Chemikalie, sehr schön. Nichts übrig lassen. So. Was habt ihr davon? Ah ja. Damit haben wir die Tür von der anderen Seite geöffnet. Bisschen Schießpulver. Prima. Huh. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommen Gesichter, Köpfe hin. Irgendwelche Dinge, die ich finden muss, muss ich dort einsetzen? Oh Gott, oh Gott. Da oben erwartet mich auch wieder irgendwas. Was? Da frage ich mich auch. Wenn es was zu verdienen gibt. Und? Hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herren des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Ja, komm, wir gucken noch mal. Du willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang an. Was kann ich dir denn verkaufen? Weinglas. Kristallfragment. Ja, machen wir doch, oder? Damit kann ich schon mal 5500 Lay verdienen. Den Rest behalte ich natürlich. Ja, wäre ja schön doof. Aber die beiden Sachen sind einfach nur Schätze. Die ich einfach nur dafür habe, um sie zu verkaufen. Yep. Gesehen und gekauft. Ja. Geilo. Dann können wir doch... Das hat dein alter Freund von mir immer gesagt. Ja, aber eine coole Stimme, oder? So, 10.000 brauche ich, um das zu holen. Flintenmunition herstellen. Ne, lassen wir mal noch, oder? Ich weiß nicht. Nein. Das hier kostet auch 6.000, ey. Ne, dann machen wir mal... Flintenmunition herstellen. Ja. Okay, ich habe noch 4000 Lay. Beachte mich gar nicht. Ne, aber du machst die ganze Zeit Geräusche. Dann könnten wir hier mal die Feuerrate erhöhen. Oder? Feuerkraft wäre natürlich besser. Magazingröße. Die können wir erhöhen. Obwohl, die geht dann nur von 10 auf 12. Boah, das ist ja alles so teuer. Wir machen das mal. Moment, bitte. Ja. Und hier irgendwas für 1000. Flintenmunition. Ne, wir lassen das erstmal. Bisschen Geld sparen ist auch nicht gerade schlecht. Bis nächstes Mal. Ja. Das ist ja echt eine interessante Persönlichkeit, oder? So, aber jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist da oben. Was uns da oben erwartet. Da geht es bestimmt ganz schön wild zur Sache. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Wenn es in die weiteren Untiefen dieses Schlosses hier geht. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao.